Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Let's Play, diesmal mit Tissi statt Izzy. Geil, ich habe das noch nie gespielt, weil es ja mein erstes Mal, doch, San Andreas habe ich durchspielt. Schaut mal, ich habe ein Easter Egg hier von Blowjob Smith. Ist doch kein Easter Egg. Natürlich. Ja, ganz kurz zur Erklärung, Izzy ist heute leider verhindert und Tissi meinte, hey, dann irgendwie schon mitspielen. Nee, Fisch oder ist Izzy, weil ich so gerne mit GTA spiele. Macht Izzy auch Donuts hier? Macht der kein Donuts. Mann, das heißt Donuts. Schau. Einmal Kreis. Das sieht aus wie das Zeichen bei... Oh, ist die Big Booty. Hey, Big Booty, Bitch. Uh, schickt der das. Man überfährt doch nicht schon direkt welche. Komm. Komm, ab in die Post mit dir. Okay, los geht's hier. Mein erstes Mal GTA V. Fahr mal zum... Nee, wir sind ja gerade Franklin. Fahr mal zum F. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz drin. Das ist mein erstes Mal, dass ich hier GTA V spiele. Ja, aber komm, wie man Auto fährt, weißt du ja. Oder? Ich glaube, bei ihm, das weißt du ja noch nicht. Der hat eine Spezialfähigkeit, wenn du bei beiden... Knut ruf mich an. Der Lamar, der hat aber nur den als Ding. Das ist ja... Ja, Mann, das ist cool. Sie ist der beste Ort für ihn auch. Ha! Ich glaube, es ist niemand, der da gunnend für deinen schwarzen Ass. Aber ich muss mal... Bullshit, Nigga. Warte dir, Mann, okay? Okay, ich hab dich doch. Oh, Mann. Okay. Wir müssen seinen Hund abholen. Clucking-Bild. Clucking-Bild. Schau mal. Der ist schon bei uns. Der Job, der Hund vom Lamar, der ist jetzt bei uns daheim. Naja, die haben ganz viele Anspielungen auf... Äh, Sachen aus Lass... 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 Schau mal, das Lyr... Schau mal, ob wir was erkennen. Wir waren schon... Der Dinger auch da. In-and-Out-Berg habe ich schon gesehen. Echt? Wie heißt das? Out-and-in? Nee, das heißt... Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Du bist doch... Nee, nee, ähm... Wir gehen jetzt mal zum... Ich muss jetzt zum Knochen. Na! Doch, muss ich! Nein! Du musst nicht! Nein! Du musst doch nicht! Wohin denn dann? Das war nur, wenn du Lust hast, mit dem Hund bisschen nahe rauszugehen. Der kann auch ruhig in die Wohnung machen. Kein Ding. Ähm, wir gehen jetzt mal zum Fragezeichen zum Grünen. Nee, ich muss doch zum VF, dachte ich. Das ist dein Unterschlupf. So, du hast doch die Missionen mit VF. Ich hab nix sagt. Ah, scheiße, spulen alle zurück und dann sehen sie, dass ich doch gesagt. Oh, oh, Entschuldigung. Sie, du bist in GTA und darfst die auch noch hin. Recht. Zum Fragezeichen. Siehst du die Kante? Siehst du die Kante? Wo die eine Gang immer ist? Welche Karte denn? Da unten links ist doch eine Karte. Ja, und wo muss ich jetzt hin? Rechts. Hä, du siehst doch, wo das Fragezeichen ist. Ach, das Fragezeichen. Weißt du, wie man Navigationssystem und so. Ja, das Blut hinten am Auto. Ach, das ist von den Dicken? Geil! Ja. Das ist auch realistisch auf einmal. Wir sind ja in der Nähe hier von der Mission. Was? Soll es ein Witz sein? Nö, ich mein's ernst. Ich joke nicht. Verdammt für den Internet. Oh, die da. Oh, jetzt wird ge-dealed. Tag aus. Ja, mit der Knarre in der Hand. Jo, es geht. Jo. 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 Was würdest du sagen, wenn ich dir einige Fools erzählte, die ich wusste, wir wären in einer kleinen Rennung-Kompetition. Und wie das Glück würde es haben, sie haben dieses wirklich schönes Silber-Metal mit deinem Namen. Ich sage, go fuck yourself. Bronze-Metal, dann? Ich würde sagen, ich war immer schlecht im Rennen, du. Besorg dir ein Auto. Besorg dir ein Auto. Ich hole mir ein Bullen-Auto. Da ist er. Das? Ja, ist okay. Nö, oder? Ja, doch. Schau, ich wollte dir gerade sagen, der hat eine Spezialfähigkeit, wenn du mit dem dann fährst, das Auto. Ja. Drück die beiden da rein. Okay. Und dann schon. 20 Sekunden. Dann machst du ihn. Und dann lässt du los. Da kommst du zum Beispiel um Kurven schnell. Oh, den Runden. Ist der besser, der ist auch scheiße. Nee, oder? Der andere sieht besser aus. Das geht ja nicht ums Aussehen, sondern was er kann. Oh, schon, das sieht doch schneller aus. Hä? Bist du das Wahnsinn? Ach, das ist Walter White. Der hat gerade ein bisschen wieder hier ... Äh, äh ... Wettgefahren. Wettgefahren. Nein, jetzt haben wir hier keine Tür mehr! Scheiß doch aufs Aussehen. Das kommt ja aufs Trennen noch an. Findet ihr der ist gut? Scheiße. Echt? Ja, wenn du einen siehst irgendwo auf dem Weg, dann gib Bescheid. Können wir noch einen grabben. Cheaten wir halt. Ah, Cheaten haben wir schon mal in der Folge. Echt? Oh, je Cheater. Ja, das war ja nur, das war ja nur ... Oh, schau, du siehst ja immer Tourenbrett da drin. Das ist ja echt saurealistisch gemacht. Oh, nimm den! Oh, ich glaub, der gehört denen. Na egal, ist er mit. Okay, dann müssen wir es machen. Okay, dann müssen wir es machen. Ja, schau, die anderen. Claudi irgendwie. Claudi währenddessen. What the hell are you going? Rappen den weg! Scheiß Spaß. Oh, jetzt haben wir dich. Oh! Franklin! Du bist ja nicht nur Moderator im Fernsehen, sondern kannst du auch noch fahren. Geht's mir auf den Franklin? Okay. Ich bin voll gut dabei. Alter! Wir sind voll gut dabei. Ich würde jetzt auch gerne mal bei Stocker mitmachen. Ja. Lass mir Stefan Rapp anschauen. Scheiße! Ich war gut dabei. Hey, Stefan Rapp, wenn du das hier siehst, lad uns zu Stocker ein, okay? Ok Ich hätte mit, äh, gucken müssen, dass wir keinen Spezialfähigplatz mehr haben Oh, dass der Stefan absehen würde, geil Äh, geil, das sind die ganzen Werbungen irgendwie, ne Ein Lichtblätter Der brennt, uuuuh Ich bin noch gut erweitig Autoscooter Musst du Erster werden? Hahaha Ich glaub, das wär schon nett Oh, du Loser Dann fahr hier, stell Nein, nein, nein Das war fast unmöglich, aber es ist so Geh rein ins Lichtblätter Jetzt mach einmal Nitro Ich hab kein Nitro nicht Ich denk grad, wir spielen nicht vor Speeder Nein, nicht ganz nicht vor Speeder Rechts rum Die Hamst ist drin, ne Hast du ein Küken, das ist so Patrick, bist du das Küken? Tja Ich hab doch kein Küken, der Oh, er Henne Oh, der zieht er vorbei Oh, mein Gott Ohh, We couldn't Oh, 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 oh Wir gewinnen Ja, so nicht Drück Scheiße Mann, du warst so gut. Fuck. Kann doch jetzt kein Auto klauen. Anders. Brennen da die Autos auch wieder und explodieren? So ein Spaß. Alter, so ein Wigger. Explodieren die Autos da wieder? Ja. Geil. Ach Mann, ich geh auf. Was? Schau mal, wo ich bin. Kommt das gar nicht mehr... Ah, ne doch. Stell dir einfach vor, du spielst das Wii und es ist Mario. Schau mal, was ich mach. Du bist doch auch gut und jetzt bist scheiße. Nein, guck mal, ich hab den Checkpoint, glaub ich, verpasst. Find's doch auch schade, dass... Scheiße. Ich geh da fünf spiele und dann müssen wir so ein scheiß Rennen fahren. Ich wollte einfach mit ihm abknallen. Ja komm, das ist auch geil. Schau mal, einen Kontrollpunkt verpassen. Wegen mir. Wegen mir. Dann mach mal... Dann mach doch mal richtig. Komm, das schaffst du. Oder wir spielen den Rich Boy Michael. Ja, wir fangen das... Ja, okay, ich schaffe jetzt. Können wir zum Ferrari... Können wir zum Ferrari das Auto... Ich war gut dabei. Nee. Der Wagen, der war... Jaja... Der Wagen. Es war der Wagen. Der Wagen wurde vorher geheckt. Es war der Wagen. Oh, ich bin gleich wieder drin. Ja, ja. Gas geben, genau. Und dickstes Handbremse, ne, wenn du da... Doch, ich glaub manchmal kannst du vielleicht die Handbremse brauchen. Aber macht dann nicht zu viel von diesen extra... Ne, da hast du nicht mehr so viel. Ich hab's nicht mehr ansetzen. Ja, passt schon. Einmal rum mit der Wagen. Ich sag's dir, der Wagen. Der Wagen ist, äh... Penalty. Ja, das ist auch nur ein Scheiß-Wagen. Ich wusste, dass der Scheiß ist. Hier, du kannst das wie bei... Das ist ja echt wie bei Mario Kart. Du kannst, äh, in den Windschapfen fahren... Kann ich dir denn wieder deaktieren? Achso. Ich hab's hier ja schlecht als ich. Leck in die Mauer, na. Sind wir hier bei der Berliner Mauer, oder was? Checkpoint Charlie. Was für Checkpoint Charlie? Boah, gut rumgezogenes Ruder. Ey, 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 ey. Seid wechseln, dann boom. Ich bin noch dran. Guck mal, der Neuer. Haha, ich bin schon fitter. Meinst du jetzt Neuer den Torwart, oder wie? Na, der Neuer... Ah, scheiß auf den. Weil sowas kannst du kurz vorher... Den kurz drücken. Mann, der ist ja sau außer Kontrolle. Der ist sau und find ich für den Ding. Ja, ja. Das ist kein Renga. Oh Mann, jetzt schreiben wieder alle... Ich spür's so schlecht. An der Stelle... Hat mich vorhin auch gelegt. Mann, schau mal wie empfindlich der Wagen ist. In echt ist er nie so empfindlich. Stimmt, weil du den ja auch in echt schon mal gefahren bist. Nicht den, aber solche Races fahr ich immer hier in Köln um 12 Uhr. Treffpumpe, aber was er vielleicht... Immer bisschen die Ringe entlang fahren, oder? Jeden Samstag. Ja. Ja. Du weißt schon. Was auch? Ah, souverän. Ich will doch weg. Ja, genau. Da musst du ja loslassen. Oder noch was. Alter. Alter. Du musst auch manchmal Bremsen ziehen, sonst kommst du nicht irgendwie... Oh, hallo, ich will weg. Ja. Scheiße! Nein, dann zurück, zurück, du kleine Spaß. Aber mir genauso, kurz vorher. Ich bin noch zweiter, oder? Ne, ich wechsel. Ja, ja, ja. Das sind ja genau vor mir. Ich seh's ja in meiner Homies. Oh, da war der Pfosten. Mann, genau dieselbe Stelle hatte ich auch. Was ist das für Drennen? Können wir nicht Pfosten wegcheaten? Oder so? Volles abgekaterte Spiele. Nein, leider nicht. Komm, gib Gas, du kleiner Schwein. Das ist ja voll Game in Game. Das ist ja Need for Speed in GTA 5. Das ist ja the new technology. Wir haben das Spielen ganz neu revolutioniert. Den Spielen im Spielen. Das war gut, dass der Redman mich möchte da rumgehen. Obst du, man kann auch auf dem iPhone oder so vielleicht irgendwie so Geary Jump und so spielen? Das wäre ein Mega-Klack. Scheiße, die zieht sich jetzt nix. Wir haben uns einen Scheißwagen geholt. Wir haben uns einen Scheiß-Klack. Jetzt fahren wir vor allem immer wieder an mit der Mission. Ich will jetzt hier einen abballern. Wir können natürlich auch die Mission einfach abbrechen. Mit der Mission? Könntest du es noch schaffen? Könntest du es theoretisch noch schaffen, aber es wird wahrscheinlich eher nicht schaffen. Aber theoretisch könnte ich es nicht schaffen. Ich glaube es auch nicht. Ja, ich glaube es ist auch sehr ähhh müsterlich. Hallo! Ja klar, Buck hier. Hängt an dem Pfosten fest. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, aber wenigstens hast du nicht wie ich Checkpoint nicht geschafft. Wenigstens kommst du vielleicht noch ins Ziel. Ich komm ins Ziel. Mit erhobenem, erhobenem Haupt fest. Hallo, Mensch! Nee, es liegt einfach am Wagen. Der Wagen ist einfach grossenschlecht. Ja. Der ist außer Rand und Band, der Wagen. Aber ich hätt's geschafft. Nee, ich glaube der Wagen ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Oder? Der Wagen ist beschissen. Ist der schlecht? Ist doch scheißegal wie der Wagen ist. Du bist schlecht und ich bin schlecht. Ja, wir lassen. Hierdurch wäre jetzt der Missionsvorschtritt verloren. Ja, egal. Wir fangen nochmal von vorne an das GTA. Wir brauchen einen neuen Wagen. Schau mal! Man kann ja nichts mit dem machen. Der ist ja voll aus... Ich suche jetzt mal einen Wagen. Du hast so keine Ahnung, was ein guter Wagen ist. Ja, den nach den! Ja, ich hab den ja schon gesehen vorhin. Ja, Porsche! Porsche ist jetzt, oder? Ja, Porsche ist jetzt, oder? Schau mal! So! Ne, soll mal raus! Der ist der von Dexter, der mit Dexter morgen zusammen ist. Oh! Ich freu das mit dem. Schau mal! Der ist ja schon mal viel besser! Guck! Wahrscheinlich sagen jetzt alle, oh Gott, ihr hattet vorher so einen geilen Wagen! Der ist doch viel geiler! Ja! Boah, der ist echt geil! Ja, der lässt sich ja auch mal extrem gut lenken! Ja? Das wird Oschi selbst! Das wird Jo Mama selbst! Komm! Fahr rein ins Fahrgezeichen! Wo sehen wir denn gerade in welchem Viertel von L.A.? Ah, Shit! Wollt ganz elegant durchfahren! Ja! So! Ich glaub, da unten steht immer, wo wir sind, ne? Groß! Aber... Das ist ein Olympic... in Dinge... Olympic Avenue in echt! Keine Ahnung! Früher war da noch niemand! So, okay! Haben wir schon! Blablabla! Wichser! So, und jetzt wieder zurück! Wir kommen gleich! Witzig! Arschloch! Du bist ein Arschloch! Ja, Mann! Das beleidigt der uns einfach! So, jetzt aber komm! Das ist ein Notorious B&G, oder? Hier, Rapid GT! Rap is in! Warte, wer nehm' den war! Ne, ne! Oh, was ist das für ein Weißer? Das war ein Mercedes! Diese, wir haben nen fetten, geilen Mann! Guck mal! Was sind das für einer? Weiß ich nicht! Stimmt, Toyota Civic! Ne, Honda Civic! Was für ein Honda Civic! Kennst du nicht Honda Civic? Ja, natürlich! Aber... Ja, kennst du nicht! Natürlich kenn ich Honda Civic! Kennst du Toyota? Oh, jetzt! Ich glaub's ein kleiner Viert! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Hau rein in die Testen! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, der raced er mit ganz vorne in der Liga! Oh, oh! Und da ist er schon Erster! Da geht er durch! Das ist ein geiler Wagen! Was auch jetzt! Mach Drücker! Oh, oh! Hä? 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 War das ein Bug? Oder ist er irgendwie durch die Mauer? Das war saurig, der Bug! Du bist schon 100.000 Meter hinaus! Ja, sehr gut! Bleib drin! In den Modus! Oder ne, mach weg! Mach weg! Mach rein! Mach rein! Mach rein! Weg! Rein! Ich konnte nimmer! Wirklich! Ich konnte nimmer machen! Nimmer! Ich konnte nimmer machen! Oh! Wo bist du schon wieder wegen dem Vorzug? Ah, ich bin nur Erster! Ich bin nur Erster! Ah, da hätte ich jetzt nicht drückt! Ah, ich bin ja um die Kurve gekommen! Oh! Und da fliegt er irgendwie Karlsau vom Dach! Checkpoint verpasst! Ne, doch nicht! Nein, nein, nein! Erle, glaub mal! Jetzt! Oh! Ich glaube nicht! Oh, ich bin so schlecht! Hey! Oh! Ich mach wieder raus! Alter! Da musst du noch mal eine schöne Kurve kommen! Alter! Was ist das? Unser Wagen fliegt irgendwie dauernd nach vorne! Jetzt! Alter, vibriert! Was ist das? Sein Geburtstag? Ah, ne! Alter, ich bin noch Erster! Alter! Jetzt seid ihr nicht zu Sieges sicher! Ja, sorry! Das ist immer bei Pierpunk, wenn man denkt, man gewinnt und verliert man! Bei Pierpunk? Ach so! Hier! Pong! Ich spiel gar kein Pong! Du schaust in Pong! Das ist schon sehr rätsel! Oh! Ich schau Pong! Oh! Ich hab auch noch ein Gerücht! Oh! Da muss drüber sein! Uh! Ja! Da hat es gerade auch fast gestoppt! Oh! Aber noch gerade den... Und rechts rein! Jawoll! Da muss jetzt immer... Ey, ich geh ja mega ab hier! Ich bin ja richtiger... Achtung! Nicht überheblich werden! Schau! Oh! Das ist immer das, wenn man so ein Fressen kacken kann! Shit! Get back here! Den drehst rum! Drehen dann rum den Rab! Was für ein Rab! Ach so, du bist wieder in Stockcar! Mann, was für ein Stockcar! Ach so, jetzt sind die letzten Meter! Ja, ja! Die letzten Meter! Pst! Machen wir einen Halten kurz! Nein! Ah! Fuck! Du musst dritter werden! Oh nein! Nein, nein, nein! Shit! Du Pfosten! Du Pfosten! Jawoll! Oh! Drück auf die Tube! Go, Sean! Go, Sean! Mach den rein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du musst links bleiben, ne? Nein! Hahaha! Scheiße! Nein! Wie... Was für ein Pech kann man bitte haben, ey? Komm schon, komm schon! Unser... Unser Lenkrad geht nicht mehr wirklich irgendwie! Oh, jetzt musst du mal Ding machen! Mach rein! Geht nicht mehr! Nee! Wir haben gar nichts mehr! Scheiße! Oh, deine Reifen sind ja ein wenig tief erklärt! Ja, unser ganzer Wagen, der geht gar nicht mehr in die Kurve! Fuck! Shit! Scheiße! Ja, aber wir waren echt gut dabei! Ja! Gut, dann äh... War es das für heute! Aber wir versprechen euch, dass wir üben werden! Und dann gewinnen wir es auch irgendwann! Aber wir machen auch das nächste Mal was weiter! Nein, bitte! Bis der Izzy dann wieder da ist! Bis zum nächsten Mal, Leute! Bis morgen! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Ciao!